hallo leute willkommen bei just hoops das ist ein kleines arkade basketball spiel meine finger sind aus gummi es ist 22.36 ok zu spät schon naja macht ja nichts ja ihr seid halt in dieser halle ihr könnt hier verschiedene umgebungen auswählen arkade neon jura und auch mixed reality ich habe mich jetzt mal für neon entschieden und dann habt ihr verschiedene ebenen ihr könnt auch die ganzen ebenen als serien hintereinander spielen und online gegen freunde oder zufällige spieler ja das online spielen werde ich heute nicht ausprobieren ob wie gut das funktioniert weil ich auch gar nicht weiß wer dieses spiel hat ich zeige euch erst mal um sie geht so tutorial habe ich schon gemacht dann habt ihr hier auch verschiedene locations genau mit verschiedenen schwierigkeiten spielmodi jede menge hier so haben wir noch sommerkörbe geisterkörbe geisterkörbe und jura mit dinosaurien und popshop gibt es auch noch das sieht dann aus wie in so einer halle wir machen wir erste körbe und fangen erstmal mit dem leichten spiel an so und dann könnt ihr die bälle entweder einfach so mit zwei händen ich habe jetzt keine taste gedrückt einfach zu nehmen und dann zu werfen könnt aber auch die clip taste nehmen also einfach die clip taste halten dann nehmt ihr den ball so schmeißen wo ich muss die geräusche leiser machen leute ich merke schon das viel zu laut ok ich möchte anmerken dass ich basketball absolut nicht kann das ist gar nicht mein sport ihr könnt auch beide nehmen aber das ist ein bisschen aber geht so vorbei gut das waren jetzt nur 19 punkte 30 müsste mindestens erreichen für die drei sterne so warte mal jetzt muss ich mal hier das mache ich mal ganz runter ich hoffe das jetzt leise ist ja und dann hier gibt es auch körperbewegung wie baut könnte ich zum beispiel machen manchmal wie genau die bauten habe ich eben schon gemacht dann können nämlich dann hier so auf die körper werfen habe ich schon mal erwähnt dass ich kein basketball spielen kann ja dadurch dass das natürlich auf zeit geht sollte man sich auch eigentlich beeilen ich versuche mal die bälle zu nehmen ohnehin zu gucken also das geht auch sehe ich gerade aber das nützt mir nichts weil ich trotzdem nichts treffe ich versuche mal mit zwei händen das ist ja noch beschissen jetzt schmeißt du werde hier runter ach so da war gar kein ball dran hallo ja jawohl okay zeit ist abgelaufen wieder durch die 30 geschafft aber es ist ja nur zum zeigen da hinten gibt es auch eine bar da kommt man leider nicht hin so das ist auch anstrengend muss ich euch sagen das ist echt anstrengend wir machen wir um die welt das kenne ich noch nicht hat 155 punkte okay dann ändern sich die körper also die position ich verstehe aber trifft das trotzdem nix ja naja naja geht doch jawoll und jetzt wieder von vorne cool ach jetzt hat man nur noch zwei dichter da oben glück gehabt buch von vorne an oder was buch von der leute man geht noch mal 15 sekunden viel zu lang ja der hat noch gesessen. gott sei lang ist er zu Ende. ja und so die umgebung sieht okay aus. ist jetzt nicht das allerschönste aber erfüllt seinen zweck. schade dass man nicht an die automaten kann. da hätte ich gern auch noch ein bisschen gedadelt. na gut so aufhören. ja jetzt zeige ich euch mal sommerkörbe. flipper hatte ich schon gemacht. up and down. alles in bewegung. oh gott. na komm für euch alles in bewegung. ja alles was geht. ich muss mich gleich mal neu zentren hier irgendwie. hab ich den gar den hier die ganze zeit vor der nasen. hey keine bälle mehr. ups. ach hallo. den hab ich mir gar nicht gesehen. go. der ist ja cool. so ich geh ein stück zurück. dann mach ich einmal zentrieren. ja so ist besser. gut. ja ihr habt ja noch immer so kleine sachen. ja hu hu. hi hi du bist ja niedlich. cool. ja dann zeige ich euch noch die geisterkörbe. wandelnde geister. farbige wurzeln. fliegende gräber. kleiner grabräuber. frithof. ach so dann habe ich auch schon. der ring. the ring. eine myriade gräber. uha. der eingang. der eingang. noch mal kleiner grabräuber hier. das passt zu mir. na jetzt habt ihr die umgebung. ich glaube ich auch geräusche von sich. aha. ok. interessant. das sieht aus wie ein bowling kuchen hier. die troffeln. ach die verschwinden immer wieder. verstehe. kann man die gräber eigentlich. ah die kann man auch wenn man die trifft geht die kaputt. nicht schlecht oder auch zu spät. so jetzt habe ich wenigstens freie wurfbar. die kommt näher. ja nehmt den ball. ach die schreiber. wie soll denn da dran kommen. leute. hey. hey. aha. noch nicht so dreckig du. na. naja. game over. warte ich hab noch mal getroffen. wow. wow. pfff. jo. jo. dino stampfen. schrafo. 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 ach der ist auch süß. ich muss. ich muss ins klo treffen. naja. man muss. oh god. das steht direkt vor mir. ich treffe da noch nicht mal. das ist ja cool. auch meine hände. oh meine hände. ja cool. ja. 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 naja. hm. naja. ja. naja. ja. 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 Egal. Der Toten sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber gut. So, okay. Soll ich euch einen Popshot zeige ich euch auch noch? Körbe bewegen, bewegliches Panel, Dualshot. Oh, das ist eine Glocke. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hallo. Na komm schon. Boah, jetzt geht's aber los hier. Nö! Jetzt sagt der... Nö, ich sag das jetzt nicht. Hat der jetzt auch zwei gezählt? Ich hoffe mal. Ach schon! Schnell! Komplett! Yeah! Oh, ganz knapp 150 Shoei. Aufhören. Ja, aufhören. Bitte aufhören. Ich bin K.O.